Benjamin Frey ist Kronzeuge in einem der größten Cum-Ex-Prozesse und außerdem hat er als Insider für die Sendung Panorama ausgesagt. Also der zweifelnde Held, der kein Held sein will, sondern vielleicht ein gefallener Engel. Können Sie einfach mal erzählen, was das eigentlich ist oder wie hier. Vielleicht können Sie sagen, wie sind Sie zum ersten Mal mit Cum-Ex in der Ruhung gekommen. Es geht dabei um den größten Steuerraum aller Zeiten und der ist leider kompliziert. Also ich kaufe die Anze und du bringst sie mir dann in zwei Tagen. Auf! Dieses Versprechen nennt sich ein Leerverkauf. Man lässt sich Steuern nicht auszeihen, die nur einmal abgeführt wurden. Und dann macht man das scheinlegal. Irgendwie hingedreht. Nein, vorne, vorne! Nein, vorne, vorne! Nein, vorne, vorne! Amen. Amen.